Das ist der Dist-Rack gegen Montana Black, 88, mein Name ist YouTube Games, komm auf der Playstation 4. Ich wollte dir nur sagen, Montana Black, dass du für mich gestorben bist, dass du in meinen Augen nicht richtig spielst. Du machst immer so, als ob alles toll wäre und deine Drogenvergangenheit. Du erzählst den Leuten über deine Geschichten, aber im Hintergrund beleidigst du Leute im Stream. Zum Beispiel Tanzverbot oder auch wenn du zockst. Du hast damals meinen Freund Agent 007 Modern Warfare einfach beleidigt und ihn auf YouTube bloßgestellt und auch noch Werbung auf dieses Video geschalten. Du bist in meinen Augen falsch. Du spielst in meinen Augen kein richtiges Spiel. Und die Meinung, die akzeptierst du nicht, da du so viel Zucker schon in deinem Blut hast. Du bist süchtig nach Monster Allergy Drinks. Du machst auch für alles dieser Welt jede Partnerschaft mit. Komm, du warst, dass doch der Eldo Trinks vor die Kamera gezwängt hat wie ein Kötter. Ach, du bist für mich gestorben. Mach deinen Scheiß doch weiter, aber du wirst nicht erfolgreich sein. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Es war der offizielle Discrack gegen Montana Black 88. Yo, unterstützt mich gegen den Kampf gegen die geldgeile Mafia. Und ähm, abonniert mich. Vielen Dank Leute für eure Unterstützung.